Oh mein Gott, was war das gerade bitte für eine ultra heftige Apple Keynote. Wir haben nicht nur ein neues MacBook Air vorgestellt bekommen und einen neuen Mac Mini, nein, wir haben auch ein ultra cooles neues iPad Pro vorgestellt bekommen und alle Neuerungen, die ihr wissen müsst, die erfahrt ihr nach dem Intro. Also viel Spaß. Fangen wir einfach mal in der richtigen Reihenfolge an. Zuerst hat Apple ein 13 Zoll MacBook Air mit einem Retina-Display vorgestellt. Das hat jetzt die gleiche Auflösung wie auch die bisherigen 13 Zoll MacBook Pro Modelle, also 1600p Panel. Dazu haben wir einen Touch-ID-Sensor und das, obwohl wir eben keine Touchbar haben, sondern weiterhin die klassischen Funktionstasten. Das Design vom MacBook Air ist das gleiche wie vom 12 Zoll MacBook. Allerdings haben wir hier gleich zwei Thunderbolt 3 Anschluss, über welche man dann auch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel eine externe Grafikkarte anschließen kann. Dazu gibt es nun endlich auch ein neues und größeres Force-Touch-Trackpad. Das alte MacBook Air hatte das nämlich noch nicht. Und Apple hat besonders viel Wert auf die Lautsprecher gelegt. Und so wie ich die MacBook-Lautsprecher bisher kenne von Apple, werden auch die MacBook Air jetzt wirklich gut. Stellt sich nur noch die Frage, welcher Hardware ist in diesem MacBook verbaut? Ganz einfach, wir haben den neuesten Dual-Core i5-Prozessor, beziehungsweise da gibt es auch nochmal verschiedene Abstufungen. Dazu kann man das MacBook mit bis zu 16 GB RAM konfigurieren. Und man kann auch, wenn man das nötige Kleingeld hat, eine anderthalb Terabyte SSD einbauen. Das Ganze wird ab 1349 Euro verkauft. Und das Gehäuse besteht aus 100% recyceltem Aluminium, was umwelttechnisch auf jeden Fall eine gute Sache ist. Weiter ging es danach mit dem neuen Mac Mini. Und auch hier gibt es wirklich einige Neuerungen. Man hat jetzt die Wahl zwischen einem 4-Kern- und einem 6-Kern-Prozessor. Also hat man wirklich viel mehr Leistung als beim alten Modell. Man kann bis zu 64 GB RAM verbauen lassen. Und die SSD, die jetzt eben ausschließlich ein SSD ist, das heißt eine HDD gibt es gar nicht mehr, die kann mit bis zu 2 TB ausgewählt werden. Dazu gibt es natürlich auch alle aktuellen Anschlüsse. Das heißt auch Thunderbolt 3 ist hier natürlich mit am Start. Und ich finde es einfach krass, dass man für nur 899 Euro in der Standardkonfiguration schon einiges geboten bekommt. Und selbst wenn man den eben nochmal upgradet, dann wird man für das Geld wirklich extrem viel Leistung bekommen. Das Spannendste kommt aber natürlich wie immer zum Schluss. Und ich rede hier von dem neuen iPad Pro. Und oh mein Gott, das hat wirklich einige coole Neuerungen. Und das ist genau so, wie man es in den Gerüchten bisher gesehen hat. Das heißt, wir haben ein kantigeres Gehäuse. Das ist jetzt auch nur noch 5,9 Millimeter dick oder besser gesagt dünn. Und darüber hinaus haben wir jetzt eine Displayfront mit extrem dünnen Displayrändern. Das heißt, auch hier ist der Homebutton jetzt verschwunden. Wir haben Face-ID statt Touch-ID. Und die Display-Ecken sind abgerundet, weil das Display sonst eben nicht in das Gehäuse gepasst hätte. Bei dem kleinen iPad haben wir jetzt übrigens statt dem 10,5 Zoll Display ein 11 Zoll Display verbaut. Und das Gehäuse bleibt eben unverändert groß von der Größe her. Und beim großen iPad bleibt es bei 12,9 Zoll. Aber das Gehäuse ist deutlich kleiner geworden. Das heißt, man hat mehr Display in einem kompakteren Gehäuse. Damit aber nicht genug, denn Apple hat auch beim Prozessor und bei der allgemeinen Hardware richtig was rausgehauen. Der Prozessor ist der A12X Bionic. Das ist der erste Octa-Core-Prozessor von Apple. Und der ist bis zu 90% schneller, wenn es um den Multi-Core geht. Und bei der Grafikleistung 1000 mal so schnell. Diese Zahlen, die klingen einfach nur crazy. Ich bin gespannt, das auch selbst mal auszuprobieren. Und dadurch, dass man eben jetzt so einen Leistungszuwachs hat, sind jetzt auch viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel wird Photoshop in der vollen Version, also mit dem vollen Umfang, demnächst auch auf das iPad kommen. Und ich finde das einfach nur beeindruckend, weil das iPad somit von einem einfachen Tablet zu einem wirklich leistungsstarken Tool wird. Und bevor ich es vergesse, beim Speicher habt ihr die Möglichkeit, bis zu einem Terabyte in dieses Gerät zu packen. Dafür müsst ihr natürlich ordentlich bezahlen, aber es geht. Und die Standardkonfiguration, die ist weiterhin 64 Gigabyte, was wahrscheinlich für die meisten Leute, die einfach nur ein Tablet wollen, auch ausreichend ist. Aber es geht eben deutlich mehr. Zudem ist statt dem Lightning-Port nun ein USB-C-Port verbaut. Und der ermöglicht es eben nicht nur, das Gerät aufzuladen, sondern man kann eben auch alles Mögliche an Zubehör, wie Monitore und so daran anschließen. Und man kann auch einfach sein Smartphone über das iPad aufladen, falls das eben mal leer sein sollte. Außerdem wurde auch der Apple Pencil überarbeitet. Der hat jetzt ein neues Design, bietet eine Gestenerkennung. Das heißt, ihr könnt in den Apps einfach noch vielseitiger diesen benutzen. Und er wird jetzt magnetisch an das iPad, an den Rand angeheftet sozusagen und wird darüber dann auch gleich kabellos aufgeladen. Und ihr könnt ihn nicht mehr so leicht verlieren. Und alles in allem, muss ich sagen, ist das iPad einfach ein richtig krasses Upgrade. Also man sieht einfach schon, dass es etwas Neues ist. Und auch technisch ist es einfach wirklich beeindruckend. Preislich, muss ich sagen, hätte ich mir das Ganze sogar noch schlimmer vorgestellt. Auch wenn es natürlich trotzdem eine Menge Geld ist. Für das allergünstigste iPad Pro bezahlt ihr 879 Euro. Und wenn ihr dann das größere Display haben wollt, bezahlt ihr 1099 Euro. Und für mehr Speicher dann eben dementsprechend nochmal mehr. Und wenn ihr LTE wollt, eben noch mehr. Alles in allem muss ich aber sagen, dass die Produkte erstmal richtig gut aussehen. Und ich gespannt bin, diese mir selbst mal anzuschauen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link zu der kompletten Keynote. Falls ihr euch die anschauen möchtet. Und die Produkte könnt ihr ab heute vorbestellen. Und ausgeliefert werden diese dann ab dem 7. November. Aber mit diesem Video soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin. Tschau.